Autokauf, Top 11 Fahrzeugmarken in den USA Europäische Automarken sind für ihren Luxus und ihre fortschrittliche Spitzentechnologie bekannt. All dies ist jedoch mit einem hohen Preis verbunden und sie sind nicht immer so zuverlässig wie asiatische Spitzenmarken. Asiatische Automarken wie Toyota, Honda und Mazda genießen einen guten Ruf für ihre Kraftstoffeffizienz, Zuverlässigkeit, Technologie und Erschwinglichkeit sowie die Entwicklung von Elektro- und Hybridfahrzeugen. Sie bieten jedoch nicht immer den Luxus und die Leistung europäischer Marken. US-amerikanische Automarken haben eine lange Geschichte leistungsstarker Motoren, Robustheit und Zuverlässigkeit. Allerdings stehen sie häufig wegen ihrer Kraftstoffeffizienz, Qualität oder mangelnder Innovation bei Elektro- und Hybridfahrzeugen in der Kritik. Die folgende US-Markenforschung ist von Scotty Kilmer inspiriert. Scotty ist ein pensionierter Mechaniker mit einem unbezahlbaren YouTube-Kanal. Jeder möchte das beste verfügbare Fahrzeug fahren, das zu einem guten Preis angeboten wird, zuverlässig fährt und weniger Wartungskosten erfordert. Hier finden Sie einige Recherchen zu den folgenden Fahrzeugen der US-amerikanischen Marke. Tesla Tesla ist eine relativ neue amerikanische Automarke, die für fortschrittliche Technologie, Gmo-Sensoren mit Surround-Video-Aufnahmen, halbautonomes Fahren mit Autopilot, Innovation, Zuverlässigkeit, Leistung, Effizienz und allgemein gute Motorqualität bekannt ist. Zu den beliebten Tesla-Fahrzeugen gehören das Model S, das Model 3 und das Model. Teslas sind teuer, haben hohe Wartungskosten und eine fragwürdige Zuverlässigkeit des autonomen Fahrens, bieten aber sehr fortschrittliche, auf erneuerbaren Energien basierende Lösungen. Die USA liegen bei der Nutzung erneuerbarer Energien und der Einführung der Herstellung von Hybrid- oder Elektrofahrzeugen im Rückstand. Tesla ist hier in den USA führend bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen und legt großen Wert auf Luxus, Technologie und Umwelt. 2. Ford Bekannt für seinen legendären Mustang und seinen F-150-Truck gilt das Unternehmen als eine der besten amerikanischen Automarken. Ford hat einen guten Ruf für die Herstellung zuverlässiger, leistungsstarker und langlebiger Fahrzeuge, die ein breites Verbraucherspektrum ansprechen. Ford hat einen guten Ruf für zuverlässige Motoren, es gibt jedoch Berichte über Getriebeprobleme bei bestimmten Modellen. Ford ist führend auf dem US-Automarkt, vor allem aufgrund seiner Mustangs und Trucks, die König sind. Ford kann etwas teuer sein, aber sie sind ziemlich zuverlässig. Der Ford SUV ist ein ziemlich gutes Fahrzeug. Die Leistung und Zuverlässigkeit der Ford- und RAM-Fahrzeuge haben dazu geführt, dass sie landesweit eine Topmarke für US-Polizeiautos sind. 3. RAM RAM ist eine LKW-Marke, die für ihre Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und gute Motorqualität bekannt ist. Die Pickup-Trucks wie der RAM 1500 und der RAM 2500 erfreuen sich vor allem wegen ihrer Anhänge und Transportkapazität großer Beliebtheit. Laut Scotty gilt RAM aufgrund seiner Zuverlässigkeit und hohen Wartungskosten als Fehlkauf und ist daher nicht mit den führenden asiatischen Marken vergleichbar. Die Leistung und Zuverlässigkeit der Ford- und RAM-Fahrzeuge hat jedoch dazu geführt, dass sie landesweit eine Topmarke für US-Polizeiautos sind. 4. Chevrolet 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 ist eine beliebte amerikanische Automarke, die für ihre klassischen Modelle wie Camaro und Corvette bekannt ist. Sie produziert zuverlässige, erschwingliche Fahrzeuge mit guten Motoren, aber die Getriebe einiger Modelle sind unzuverlässig. Chevrolet ist für die SUVs Silverado und Chevy Equinox beliebt, diese Fahrzeuge erfordern jedoch hohe Wartungskosten. Chevy ist insgesamt nicht der beste Kauf, es sei denn, sie kaufen die zuverlässigsten Jahres- und Modellfahrzeuge. 5. Lincoln Lincoln ist eine Luxusautomarke unter Ford, die für elegante, zuverlässige Fahrzeuge mit allgemein guten Motoren bekannt ist. Zu den beliebten Lincolns zählen Luxuslimousinen und SUVs wie der Navigator, Aviator und MKZ. 6. Jeep Jeep ist eine amerikanische Automarke, die sich auf robuste, langlebige und zuverlässige Geländefahrzeuge spezialisiert hat. 7. Die Marke ist vor allem für ihren legendären Jeep Wrangler bekannt, aber auch SUVs und Crossofairs sind beliebt. 8. Die Motorqualität ist im Allgemeinen gut, bei bestimmten Jeep-Modellen treten jedoch häufig Getriebeprobleme auf. 9. Insgesamt nicht der beste Kauf, es sei denn, sie kaufen die zuverlässigsten Jahres- und Modellfahrzeuge. Der Renegade SUV und andere SUVs sind nicht sehr zuverlässig. Die Wartungskosten für Jeeps sind hoch. 7. Chrysler Chrysler ist eine amerikanische Automarke, ähnlich wie Dodge und Jeep, die für Zuverlässigkeit, Komfort und allgemein gute Motoren bekannt ist. 8. Zu den beliebten Chrysler-Fahrzeugen zählen Limousinen, Mini-Wans und SUVs wie der Pacifica und der 300. Chrysler ist nicht der beste Kauf, da die Fahrzeuge hohe Wartungskosten erfordern und nicht zuverlässig sind. 8. Ausweichen Dodge ist eine amerikanische Automarke, die Jeep und Chrysler ähnelt, aber bekannt für langlebige, fortschrittliche Technologie, zuverlässige und leistungsorientierte Fahrzeuge wie den Charger und den Challenger. Dodge verfügt über leistungsstarke Musclecars und Sportwagen wie den Challenger und den Charger, die für ihre leistungsstarken Motoren beliebt sind. Dodge ist nicht der beste Kauf, da die Fahrzeuge hohe Wartungskosten erfordern und nicht zuverlässig sind. Der Dodge Journey SUV ist aufgrund seiner hohen Reparaturkosten kein zuverlässiges Fahrzeug. 9. Cadillac Cadillac ist eine Luxusautomarke unter GM, die für elegante, anspruchsvolle Fahrzeuge mit fortschrittlicher Technologie wie den freihändigen Supercruise bekannt ist. Cadillac verfügt über Luxuslimousinen und SUVs, aber beliebte Modelle sind der Eskalade, der CTS und der XT5. GM Fahrzeuge sind aufgrund der hohen Wartungskosten nicht der beste Kauf. SUVs wie der Eskalade sind nicht zu empfehlen. Der Cadillac ist teuer und hat hohe Wartungskosten. 10. Buick Buick ist eine amerikanische Automarke unter GM, die seit über einem Jahrhundert Luxusfahrzeuge anbietet, die für elegantes, stilvolles Design, erstklassige Ausstattung, komfortable und geräumige Fahrzeuge, Zuverlässigkeit und gute Motorqualität bekannt sind. Fahrzeuge wie Regal und Enklave Die beliebtesten Modelle sind Enklave und Ankor. GM Fahrzeuge sind aufgrund der hohen Wartungskosten nicht der beste Kauf. 11. GMC GMC ist eine LKW und SUV-Marke im Besitz von GM, die für hochwertige, langlebige Fahrzeuge wie den Sierra Pickup und den Yukon SUV bekannt ist. Die Motoren sind im Allgemeinen gut. GMC ist kein guter Kauf. Die SUVs sind unzuverlässig und haben hohe Wartungskosten. GM ist nicht der beste, denn als sie bankrott gingen, zahlten die Steuerzahler für die Vertragsverluste des Bundes, weil die Bundesinvestitionen in GM nach dem Absturz von GM zurückgingen. Hummer sind wartungsintensive und nicht sehr zuverlässige Fahrzeuge. Insgesamt schneiden US-Fahrzeuge im Vergleich zu europäischen und asiatischen Fahrzeugen besser ab. Jede Marke muss es tun. Bessere Implementierung erneuerbarer Hybrid- und Elektrotechnologie in ihren Fahrzeugen Verbesserung der Zuverlässigkeit von Fahrzeugen durch Reduzierung der Wartungskosten und der Lebensdauer dieser Fahrzeugmarken Verbesserung der in diesen Fahrzeugen verwendeten Getriebe US-amerikanische Fahrzeugmarken verfügen über leistungsstarke Motoren, die Wartungskosten sind jedoch möglicherweise nicht so hoch wie bei anderen Fahrzeugmarken. Insgesamt sollten alle Neufahrzeuge über einen solchen verfügen. Zerraunt Videokameraaufnahmen wie der Tesla Fahrersicherheit, automatischer Stopp- und Manövrierfähigkeit zur Vermeidung von Kollisionen Rückfahrkameras Parallel- und Einparkhilfe Alle Fahrertests sollten Parallelparkfähigkeiten erfordern, um die DL-Tests zu bestehen. Wenn Ihnen die oben genannten Informationen gefallen und Sie weitere Informationen wünschen, schauen Sie sich unbedingt Scotty Kilmer auf YouTube an. Lieblings YouTube-Kanal zu den Themen Autowartung, Marken und Wirtschaft Scotty Kilmer ist eine beliebte YouTube-Persönlichkeit mit über 5 Millionen Abonnenten, da er eine Fülle von Videos über Autos und die Autoindustrie veröffentlicht, die auf seiner über 54-jährigen Erfahrung als Automechaniker basieren. Scotty macht keinen Blödsinn, er gibt Ihnen Informationen einfach auf leicht verständliche Weise. Ich liebe seine lebhafte, sympathische und enthusiastische Persönlichkeit, gepaart mit der sehr detaillierten, klaren, aber kurzen Bereitstellung unbezahlbarer Inhalte. Scotty's Videos sind sowohl unterhaltsam als auch unbezahlbar. Ich bin wirklich der Meinung, dass er froh sein sollte, zu erfahren, dass er definitiv ein großes Erbe hinterlässt, aus dem andere lernen und dem sie folgen können. Scotty ist äußerst kompetent, erfahren und kenntnisreich. Er vertritt eine fundierte Position, die durch seine unzähligen Jahre gestützt wird, in denen er diese Autos sein ganzes Leben lang pflegt. Scotty bietet großartige Ratschläge zu Autoreparaturen und Wartung, sondern führt sie auch durch die Durchführung von Reparaturen. Selbst Scotty erklärt häufig auftretende Probleme, Fehlerbehebung und Wartungstipps. Scotty verfügt über einzigartiges Wissen und Fachwissen. Sein Enthusiasmus macht seine Videos unterhaltsam und unterhaltsam. Wenn Sie sich auch für seine Inhalte entscheiden, schauen Sie sich unbedingt die Bücher, Fernsehauftritte und Radiosendungen von Scotty Kilmer an, die ich persönlich noch nicht lesen konnte. Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich die... ... 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